Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Pokecube. Wir haben hier dieses Gebäude der Ether Foundation Corporation, ich weiß gar nicht mehr, also gefunden. Was ist Foundation? Ether Foundation? Foundation oder Corporation? Auf jeden Fall haben wir hier einiges an Trainerkämpfen in der letzten Folge gemacht und wir gehen jetzt ein Stockwerk nach oben. Und ich vermute, da geht es weiter. Das ist jetzt nur so eine Idee, aber ich hoffe, da kommt jetzt nicht ein mega der Bossgegner, dann wären wir ganz schön am Arsch. Aber gucken wir erstmal, da ist Dana. Ja, Dana, hau raus. Das ist Crafty. Na komm. Gut, dass wir unser Glurak trainiert haben, ne? Also... Gegen wen kämpfen wir denn jetzt hier eigentlich? Hier ist schon wieder viel zu viel los, Leute, ey. Oh, ich werde hier wahnsinnig. Meine Güte, ist das ein Chaos hier. So. Weil es der andere Dude auch noch kämpfen wollte, äh, Pech gehabt. Was haben wir denn hier drin? Sind das quasi... Sollen das quasi Büros sein? Okay, okay. Ich gehe mal kurz schlafen. Also es scheint draußen auf jeden Fall dunkel zu werden. Okay, so, haben wir jetzt hier nicht so viel gefunden. Dann gehen wir doch mal auf die andere Seite rüber. Da sind auf jeden Fall auch wieder Mitarbeiter. Geena! Geena, hau raus! Was hast du? Ducktrio! M-Murl. Sadohudo. Das war's schon. Was ist eigentlich hier Level? 40, 26, 24, 28, 19. Unser Riles ist eigentlich so wie ich echt hinten dran. Aber es ist leider zu schwach für die Kämpfe hier. Oh, Don. Ja, hau raus, Don. Machok. Lillip. Das ist Vanille-Eis. Das ist ein Job für Feuer. So. Okay, das war's. Also viel zu looten gibt's hier auch nicht, ne? Also es ist auf jeden Fall eine Location, wo man ziemlich viel kämpfen kann. Das ist eigentlich auch schon ganz cool. Emma. Hey, Emma. Hey, Emma. Habe ich Emma schon bekämpft? Ich glaube nicht. Emma, willst du kämpfen? Jetzt kommt da ja auch noch hier Don ins Bild. Wir haben alle schon ähnliche Pokémon hier, ne? Gordon rennt auch noch. Gordon, willst du auch kämpfen? Gordon ist abgehauen. Gordon war es scheinbar egal. Oh, hier gibt's mal Loot. Nehme mal mit. Was ist denn hier los? Timothy. Timothy. Ja, let's go, Timothy. Boah, wie soll man denn da so kämpfen? Es ist zum Kotzen. Oh, es hat sich entwickelt. Wo sind denn jetzt die... Gegen wen kämpfen wir denn eigentlich gerade? Kann man das mal... Also, Leute. Oh, dieses Chaos ist einfach nur furchtbar. Unser neues Graveler. Nice. Da würde ich gerne mal einen Screenshot von machen. Ah, sogar kurz gelächelt. Bulldoze. Rockslide, rocksmash. Takedown mal weg. Selfdestruct ist natürlich mega. Ja. 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 Und es scheint schon wieder dunkel zu werden, ne? Ne, es sieht nur so aus. So, will ihr noch jemand kämpfen? Timothy. Timothy haben wir schon bekämpft. Viele CDs, ne? So, Timothy verfolgt uns ganz wild, aber... Will scheinbar nicht kämpfen, so. Die lassen wir da mal, Leute, sein. Ah, unknown. Okay, wir gehen mal eine Etage höher. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt einen Abend vergessen haben, weil das einfach so viel Chaos war. Aber ich hoffe einfach, dass hier oben noch irgendwas Cooles auf uns wartet. Lucemi. Solrock. Level 80. Ja, ne, äh. Wir gehen wieder. Tschüss. Bis bald. Ich bin gar nicht da. Hm, was? War was? Ah, die will jetzt nicht mehr kämpfen. Das weiß ich jetzt auch nicht, woran das lag. Rina! Rina, willst du auch noch kämpfen? Okay, Rina will nicht kämpfen. Ich würde fast sagen, wir setzen hier mal so einen Wegstein, ne? Das ist, äh... Glaube ich, ganz, ganz praktisch. Ich will nur einmal kurz nachschauen, wie diese denn jetzt heißt. Pokémon Ether Foundation war es. Ja, okay. Setze ich mal hier hin. Zack. Ja. Das war ja eigentlich ein ganz cooler Fund, muss ich sagen. Doch, doch. Frage ist, wie machen wir jetzt weiter? Also die, die Chefin da oben kriegen wir noch lange nicht down. Das heißt, das macht keinen Sinn, da jetzt hochzugehen. Ich weiß auch nicht, ob es denn auch irgendwie mal eine spezielle Belohnung oder so gibt. Auf jeden Fall haben wir gut Level gemacht. Hier, guck mal, Glurak schon Level 41. 27. 24. 29. Ja, das Riles fehlt halt noch. Das hat uns aber auf jeden Fall echt gut was gebracht. Finde ich cool. War auch mal eine ganz nice Abwechslung. Halt, Stopp. Halt, Stopp. Krabbi. Okay. Aber ich fange mir wohl nicht. Wollte jetzt noch mal kurz auf diese kleinere Insel schauen, ob wir da noch irgendwelche Pokémon finden. Nach diesem Abenteuer in der Aether Foundation, mal wieder ein bisschen zurück zum Alltag. Ich probiere mal unser Riles noch ein bisschen zu trainieren. Soviel dazu. Da ist es schon wieder down. Ich überlege jetzt zwischendurch gerade immer so, ob das sinnvoll ist, quasi ein Pokémon erstmal hochzuleveln und dann das nächste. So ähnlich, wie wir das jetzt mit Glurak gemacht haben. Ob man das generell vielleicht so angehen kann, aber... Schauen wir mal. So, hier ist wieder Gestein. Wir gucken mal wieder, ob wir hier... Nein, halt, Stopp. Die Sonne geht unter. Wir legen uns schlafen. So, und ich wollte sagen, wir gucken mal, ob wir hier noch wieder irgendwelche Erze finden, die wir brauchen. Hier ist aber alles Kies. Ist das gar kein Stein? Okay. Ja. Okay, wir haben diese Aufnahme wieder was Cooles gefunden. Frage ist, was machen wir jetzt als nächstes? So, einfach mal hier das Meer noch ein bisschen abfahren. Das fände ich eigentlich eine ganz gute Idee. Das scheint mir auch ein Korallenriff zu sein, wenn ich das auf der Map richtig erkenne. Schaut mal. Karawanna. Was ich dazu fangen lässt, weiß ich ja jetzt auch nicht. Tatsächlich schon. Okay. Nice. Ist auch kein Korallenriff hier. Einfach nur eine Sandbank oder eine Erhebung unter Wasser. Aus irgendeinem Grund gibt es hier Kelp. Da ist ein Schiff. Sagen wir da mal runtertauchen zu dem Schiff. Komm schon. Oh, ich will da durch. Ah, nichts wirklich Spannendes. Au. 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 Halt, wir brauchen eine Axt. Oh, lass mich raus. Und eine Schaubel brauchen wir auch. Ich will eigentlich nur mal kurz checken, ob hier noch irgendwo eine Kiste ist. Aber ich will auch nicht jetzt alles hier abbauen. Aber wir lassen es auf sich beruhen. So, das kann weg. So. Jetzt ist die Folge fast am Ende angelangt. Ich will einmal kurz was schauen. Wir begeben uns vielleicht mal da oben zur Küste hin. Starmie, das müssen wir auf jeden Fall noch mal versuchen zu fangen. Die lasse ich nicht einfach verkommen. Nice. Jetzt haben wir zwei Starmies. Schon gefangen. Nice. So, und hier sind wir jetzt an der Küste. Und an dieser Küste würde ich jetzt diese Folge beenden und die Aufnahme beenden. Wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder von Let's Play Minecraft Pokecube. Es ist wieder viel passiert. Anfangs der Aufnahme dachte ich, ja, da passiert ja gar nichts. Aber jetzt haben wir wieder eins von diesen Gebäuden gefunden. Das ist ja ganz cool. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dann noch einen wunderschönen Tag. Und bis bald. Tschau.